Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir nur als Nightfair abschließen können. Und zwar finden wir diesen unter Erweiterungsfeatures, dann Pakt Sankten und dann haben wir den hier Meditationsmeister. Und wir müssen folgendes für dieses Achievement machen. Schließt im Konservatorium der Königin alle Meditationsquests von oben ab und findet eure innere Ruhe. Hört sich einfach an, ist es auch. Leider ist es ein wenig, naja, zeitaufwendig ist der falsche Ausdruck, sondern es dauert sehr lange, bis das Achievement fertig ist. Und zwar, was müssen wir machen? Wir brauchen einen Nightfeature. Der muss auf Stufe 60 sein, denn erst auf Stufe 60 kann er hier im Herz des Waldes einmal mit einem NPC interagieren, und zwar ihm hier, das Sanktum Reservoir, denn wir müssen uns ein Gebäude bauen. Wer hätte es gedacht, wir brauchen das Konservatorium der Königin. Hier ist es so, dass wir es nicht auf Stufe 2 brauchen. Da hatte ich euch letztes Mal schon eine Tiefel gezeigt, wo wir uns einen legendären Geist geholt haben und einen anderen Erfolg gemacht haben. Jetzt brauchen wir eine Stufe weiter, quasi auf Stufe 3. Und da kriegen wir nämlich einen weiteren Geist, der uns Quest gibt. Und wer hätte es gedacht, das ist dieser Ohm. Was müssen wir jetzt machen? Wir graden das auf 3 ab. Dann können wir einmal in das Konservatorium der Königin reingehen. Und dort haben wir den altbekannten NPC, den ich euch im letzten Video schon vorgestellt habe. Blümchen. Und die gibt uns jetzt eine weitere Quest. Und da haben wir dann, Blümchen steht hier hinten, da haben wir sie, marken wir sie mal. Hier. Die gibt uns jetzt eine Quest, und zwar schimpft sich diese Quest ein seltener und ungewöhnlicher Geist. Und hierfür müssen wir wieder in eine Instanz rein. Dieses Mal in die Spitzen des Aufstiegs. Dementsprechend dann den Endboss umboxen. Devos müsste das, glaube ich, sein. Und wenn ihr das getan habt, Schwierigkeitsstufe hier vollkommen egal, ihr könnt in jeder Schwierigkeitsstufe rein. Von Normal bis Mythic Plus gibt es dann einen ruhigen Geist des Kosmos. Und diesen ruhigen Geist des Kosmos, das ist ein legendärer Samen, den könnt ihr dementsprechend irgendwo hier hinten einpflanzen. Es ist irrelevant, ob ihr hier so Katalysatoren ranbastelt. Also die Qualität wird dadurch nicht beeinflusst. Aber was ihr machen könnt, ihr könnt die Temporalsamen vorher einsetzen. Also sprich an den kleinen Slots außenrum. Und dann den Geist einsetzen. Dann wird das Ganze ein bisschen beschleunigt. Dieser legendäre Geist braucht wie die anderen legendären Geister sieben Tage zum Ausbrüten. Mit Temporalblättern kann man es immer um einen Tag verkürzen. Heißt, wenn ihr eine Möglichkeit habt, drei Slots zu haben, dann könnt ihr es um drei Tage verkürzen, sind es nur noch vier Tage. Also es macht schon Sinn, wenn ihr euch ein bisschen Zeit sparen wollt. Sobald ihr den Geist dann ausgebrütet habt, könnt ihr dann die Quest abschließen. Und dann läuft ihr hoch zu eurem wahrscheinlich schon anderen Geist. Den konnte man sich ja auf Stufe 2 schon holen. Fallier. Und wir haben uns jetzt dann noch den hier geholt. Hier hinten in der Ecke müsste er sein, genau. Der hier. Oben schimpft sich der. Und der hat jetzt wie der andere, den wir uns schon auf Stufe 2 holen konnten, eine Quest. Und zwar jede Woche eine einzige Quest. Und hier ist es so, dass das eine fixe Questreihe ist, wo die Quests nacheinander kommen. Und wir müssen immer unsere innere Ruhe finden. Ich kann euch das mal zeigen, wenn man nah an ihm rangeht, dann hat er auch so einen Extra-Button. Meditieren. Und dann hocken wir auf so einer komischen Blase und meditieren. Es sind insgesamt sieben Quests. Heißt, sobald ihr den Typen euch angeheuert habt, also nachdem ihr den Samen ausgebrütet habt, müsst ihr noch sieben Wochen lang Quests machen. Ihr müsst es nicht hintereinander machen. Aber es sind halt insgesamt sieben IDs. Wenn ihr zwischendrin Pause macht, dann dauert es halt noch länger. Also ich würde einfach sieben Wochen am Stück das durchziehen. Die Quests sind sehr marginal. Die Quest ist immer nur an einen sehr abgelegenen Ort zu gehen. Und dann habt ihr auch an einem bestimmten Spot irgendwo ganz oben auf einem Berg diesen Meditationsknopf. Drückt ihn und dann müsst ihr wieder zurück. Also 99% der Zeit ist, lauft er hin, drückt den einen Knopf, geht wieder zurück. Das ist die komplette Quest für die Woche. Dann musst du wieder eine Woche warten. Es ist ein bisschen nervig. Und am Ende gibt es dann das Achievement. Und ich kann euch mal, hier von WoW hätte, hat jemand die Quest zusammen gefasst. Also die erste Quest ist quasi, dass man in den Adenwald muss. Ich könnte euch jetzt die Waypoints zeigen, ist aber egal, weil das wird euch auf der Map eh angezeigt. Also wenn ihr die Quest annimmt, könnt ihr draufklicken und das zeigt es euch auf der Map an. Also ihr müsst es nicht suchen. Dann müssen wir in den Hochberg, dann müssen wir einmal nach Zuldasaar. Das ist für Allianz Chars, wenn ihr das auf einem Twink macht, der die WoW-Campaign damals nicht gespielt hat, sprich in BFA nichts gemacht hat, ist ein bisschen nervig, weil ihr kommt schlechter auf einen anderen Kontinent. Das war bei mir so. Ich musste dann am Anfang kurz den Start spielen. Ist wahrscheinlich nur bei mir der Fall, weil ich halt bei meinen Twinks teilweise gar nichts rein investiert habe zu BFA. Als nächstes müssen wir dann einmal nach Winterspring, in den heulenden Fjord, dann nach Booty Bay und für die letzte Quest bekommen wir dann dementsprechend auch ein Toy. Da habe ich auch schon einen Toy-Guide gemacht, beziehungsweise dann dementsprechend auch das Achievement. Heißt, es ist eigentlich eine sehr simple Sache. Man muss nur grob wissen, wie es funktioniert, dass man den Geist halt erst freischalten muss und dann halt jede Woche hier einmal vorbeiguckt und dann dementsprechend die Quest mitnimmt. Übrigens, die anderen Geister, da habe ich auch schon Videos zu gemacht, beziehungsweise werde noch Videos machen. Bei denen sieht es nicht anders aus, um die anderen Achievements einzuheimsen. Macht Sinn, dass man dann bei allen drei Geistern jede Woche quasi einmal die Weekly-Quest macht. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Achievement-Guide-Video wieder. Wir werden uns jetzt noch den letzten, nämlich angucken, das letzte Achievement hier im Konservatorium der Königin. Und ja, wenn ihr wollt, schaut dann wieder rein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.